und da bin ich wieder mit Super Mario Bros. X und Moho so und da machen wir jetzt auch mal weiter wow ich habe mir im letzten Part schon angefangen bin allerdings noch nicht sehr weit gekommen und ich lass mich jetzt einfach mal von diesem Moho los mitnehmen aber die Rohre hat was dagegen und schmeißt uns einfach von ihm runter finde ich aber nett Prozent Prozent der Konkurrenz nicht in den Stuttgart es ist vielleicht irgendwas was ich gebrauchen konnte ja und schenken älteren die Blatt Prozent ein Superblatt und ein gelber hier schief von mir aus dem Schaden so was haben wir denn hier unter Wasser äh unter Wasser und das Passage so ist was man hier mal alles auf ich glaube aber nix man muss in die Erde musste man in die lila Röhre hinein dann gehen wir da mal rein sobald ich irgendwie wieder zurückgekommen bin so weiter auf Rösschen namen Schmutz schmutzige so so Morgens kriegst du zum nachtisch noch gut doch nicht die essen geht jetzt warten aber den kannst du haben gar nicht da oder nicht was so Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Was kommt davon, wenn das so eine blöde Eisbume in Berlin ist? So, ja. Oh Gott. So, schon auflösen. Denn wir gehen jetzt nach Hause. sind nicht ganz aber wir gehen ins Ziel das reicht doch auch so und wieder ein Leben geschaffen weiter im Text war zu kürzer Kindlern ich bin die Uhr wir können stoppen geschützten Mann bin ich ein Schmied bis die Uhr jetzt sind Leute dann schnaft in turn in in nach freilich ist es das ist der vierte Tanschen und es gibt insgesamt nur vier Stück ob sie musiklessen sonst muss schon besser gehen klingt das schon viel besser ich die goldene Mitte nämlich doch erlaubt es so richtig vor Ort ich glaube man hätte sie ganz hinteren ihm als der Gm und über jeden geschäft so es gibt vier tanschens das heißt das hier ist der letzte und hier ist Bosa nein nicht Piech Dacys brauchte ich und Tschüss Wow mein Tanuki Sood oh dafür würde sie bezahlen da geht man hier rein und ist dann falsch das ist nicht so toll nein keine Hamburg Hammerpuder jetzt habe ich mich an ihm endlich rechnen können ich glaube die zweite Sitzung nehmen ja die zweite so Schauen wir mal also den ganzen Partys noch mit rein denn immerhin ist ja dann eigentlich doch das Letzte beendet wenn hier schon Bosa ist oder etwa nicht so ja das ist jetzt etwas langweilig und so muss man halt mal machen hier die Platte aktivieren das ist so so Küperkindl n schlerte dann musste doch jetzt wieder Gumba kommen oder muss das so sein alles schön aktivieren kein Block auslassen keinen Block auslassen habe ich gesagt kein Block auslassen noch muss eben so nein nicht so doch nicht eben das Superblatt so jetzt geht's wieder Sack jetzt gehen wir hier und sind falsch das finde ich aber super ich hätte ich nicht irgendwo eine Lücke reinmachen können obwohl wenn ich eine Lücke reinmachen würde könnte ich auch nicht so ein es Chemie ich nehme sie schon wieder zurück zum mittleren ist richtig mein Gott dass es klingt Bum 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 Bumner wie das klingt Pro los nein nein die das könnte die fatale Entscheidung bringen und die fatale Entscheidung ist die Verstärkung was soll das gut machen wir hinten R gut und schon wieder hier der Kiel der Kiel und das ist jetzt noch mal alles aufbauen ich kann man und die nur wegen solchen Hammerbrüdern an den Tod würde doch eigentlich noch die Schöne dann schön mit einbringen um ich möchte ich aber schon wieder den schwarzen Bild bis sie doch jetzt gerade nur Bahnhof Verstand hat der Schott sich bezüglich letzten Wörtern glaubst du uns das ist so glättern auf sich Uhr wenn ich sage ich sie ihm jetzt noch mal wenn ich einen Tisch wenn ich zu lange aufnehmen 8 die sind schön ganz schön den Nachmittag sind wird wir sehen uns wieder bei Super Mario 6 den Wieschen tun schlief ciao ne Leute war nur ein Spaß beziehungsweise eigentlich nicht ich hab gesehen ich hab schon noch Zeit mehr als genügend so und ja deshalb hoffe ich einfach mal ich schaffe jetzt noch den Dungeon ja und ich hab mich gerüstet wenn ich während ihr nicht bis 10 Prozent was weiß ich so wie es sich ich zeige einfach mal wie es aussieht wenn man hier reingeht dann verliert man nämlich wieder muss ein Joschi die ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig wow und ja das war der schlimmste aller Wege wow nein ich wollte den doch gar nicht hier begrennen ich hab nur eine Schuss ich hab nur eine Schuss was soll's daneben nicht soll mir auch recht sein bring mir einen Pilz verdammt wo ist ein Pilz wo ist ein Pilz war doch irgendwo ein Pilz ach was soll's dann geh ich ihm einfach so hier rein so soll mir auch recht sein so den Tanuki-Suit den Hammerbruder-Suit den heb ich mir noch auf am Ende beruhig was ist heute los wieder mit mir und anscheinend schon zu sehr auf Weihnachten aufgeregt wird wahrscheinlich ein paar werden die nicht anhaltig umdrucken Kürzer und nachschauen und hier freut zumindest ich weiß er nicht so Prozent ja ihr habt wahrscheinlich gar nicht verstanden das Salz müsst ihr auch nicht sollte die Hoffnung ist so so jetzt ist aber langsam aber sicher die angebrachte Zeit sind Hammerbruder-Suit einzusetzen gib ihn mir meine letzte Verteidigungswaffe Hammer Hammer frei yay nur noch diesen einen Block yay und jetzt muss ich nur noch es schaffen den Level zu beenden und das ist das Schlimmste wenn man ein Level beenden muss denn man weiß nie ob man es auch schafft ich habe ein Hämmer und zögerer ziehen und zögerer nicht sie einzusetzen so jetzt kommen wieder die doofen Hammerbrüder das der Schlimm enden können das so Platz da t t kommt schon so es ist wichtig 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 war ich hab nicht mehr so viel Zeit in den Kassel es sind interessiert oh Gott oh Gott so klar ich glaub man sonst keine Probleme mit war ja es ist so klar die am schwersten gelingerahre ist es natürlich bis zu blöd das heißt verschwindet haben alles geschafft alles geschafft hat sich zu machen jetzt gern ich hab's geschafft ich hab's geschafft damit ist das letztlich zu die leute und auch nicht was soll denn wir haben alle vier tanschens abgeschlossen und trotzdem ein weiterer er schockt werden ein bonus oder sind das die kräfte was das ist erfahren wir im nächsten Tag Leute bis die bis die mit super Mario Bros. X tschau tschau